Favoriten habe ich nicht. Ich bin relativ neutral. Meine favorisierteren Teams sind alle ausgeschieden. Ich finde es trotzdem ein sehr interessantes Spiel. Meistens ist es leider so, dass ich beim Superbowl in der Halbzeit oft eingeschlafen bin, weil ich ja doch vorher immer ein bisschen arbeiten muss und auch was zu tun hatte. Und am nächsten Tag dann auch immer Arbeit ansteht und es nicht despektierlich sein lag nie an der Halbzeitshow, sondern meistens an mir selbst, dass ich dann danach eingeschlafen bin. Ja, über die Vergabe. Ich habe sowas schon mal durch, Leuten hören vor ein paar Monaten, dass es im Bereich des Möglichen ist. Ich habe mir sehr gefreut, dass es de facto der Fall ist. Die Vorfreude ist dann groß, wenn ich Karten kriege. Wenn ich die bekommen sollte, dann freue ich mich sehr drauf.